Hallöchen, ihr Lieben! Ich bin's, eure Grobi. Ich musste das Video jetzt nochmal machen, weil beim Transferieren vom iPad auf den Rechner hat es mir das Video irgendwie zerschossen. Okay, also jetzt nochmal. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für so viele Abonnenten. Irgendwie ist meine Stimme heute. Nicht so gut. Und ja, ich hätte nie gedacht, dass das mal so viele werden und dass sich die Leute dafür interessieren, was ich so bastle, einkaufe und was ich so mache. Dafür nochmal ganz, ganz lieben Dank. Und es gibt auch wieder was zu gewinnen. Und zwar gibt es diesmal dieses Mini-Album. Ihr kennt es schon. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht. Geschlossen wird es hier mit so einem Band. So sieht es von vorne aus. Von der Seite und von hinten. So. Hier sind überall so kleine Text drin, wo man ein Bild drauf machen kann oder was schreiben kann. Hier sind auch nochmal Taschen mit Text. So. Hier unten ist auch nochmal so eine Tasche. Hier kann man es aufklappen. Und nochmal aufklappen. Hier unten ist auch eine Tasche. Die Tasche wird einfach nur mit so einem Stift hier unten verschlossen. Hier oben ist auch wieder ein Teck. Hier habe ich so ein Blümchen dran gemacht. So kleine. Auch wieder ein Teck. Die Tasche lässt sich nach unten öffnen. Hier ist auch wieder ein Teck drin. Hier habe ich so ein bisschen mit so einem Stoff gearbeitet. Hier unten ist ein Teck drin. In der Tasche. Hier ist so ein kleines Büchlein drin. Entweder auch für Fotos oder für Journaling. So. Hier oben ist so ein kleines Herzchen verschlossen. So. Wieder ein. Da kommt auch wieder eine große Fotomatte drin. Hier mal so schräg. Und hier ist eine kleine Schnecke. Ist die süß? Das Quilling kann man wieder nach unten öffnen. Hier ist natürlich auch eine Schnecke. Auch wieder eine Fotomatte drin. Hier oben auch. So. Hier habe ich so ein Wasserfallelement. Hier oben. Und hier hinten sind noch mal zwei kleine Texte, wo man was draufschreiben kann. Ja. Das gibt es zu gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, schreibt mir einfach einen Kommentar. Was euch gefällt an meinen Videos. Oder was ihr vielleicht in nächster Zeit sehen möchtet. Oder was euch interessieren würde. Vielleicht auch mal mehr über mich. Dass ich vielleicht ein bisschen mehr erzähle in meinen Videos über mich oder so. Das war's schon. Eigentlich wollte ich das Video schon Sonntag hochladen. Das hat leider nicht geklappt. Aber ich lasse die Verlosung bis Sonntag laufen. Ich sag mal bis Sonntag 17 Uhr. Wenn ich's schaffe, kann ich dann abends noch die Auslosung machen. Und ich denk mal Montag werde ich dann die Verlosung bekannt geben. Wer dieses schöne Mini-Album gewonnen hat. Ja. Ich bin ganz sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und dann bedanke ich mich erstmal ganz, 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 ganz recht herzlich bei euch für eure Treue. Und herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten, die dazu gekommen sind. Und so immer mal so nach und nach zu mir stoßen. Okay. Das war's erstmal von mir. Ich drück euch allen die Daumen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Grobi.